Ihr habt euch schon immer gefragt, was unsere Schafe machen, wenn sie nicht gerade auf dem Deich stehen? Wir zeigen's euch! Einen Spaziergang durch den Langbader Groten. Oder aber auch ihren Einkauf im Bekanntmatt-Hortens erledigen. Sich in den Game Town des Centerparks betteln. Gemeinsam mit ihren Freunden eine Runde Friesenbeutel auf den Wegelbaden schieben. Natürlich darf ein Besuch der Ausstellung im Nationalpark-Haus-Museum in Villareta-Sien nicht fehlen. Oder gemeinsam mit ihren Liebsten Zeit in der Natur verbringen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!